Kapitel 18 Fighter Erst meine Fragen, sagte sie fest, fester, als sie eigentlich gewollt hatte, und wieder blitzten seine silbergrauen Augen ungeduldig auf. Sie seufzte innerlich, besann sich aber selber wieder zur Ruhe. Schließlich nickte er schwach, kaum merklich. Sein Blick ruhte immer noch auf ihr Mitbringsel, einem Denkadium, welches sie vorsichtig wieder unter dem Stoff verschwinden ließ, um seine volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Unruhe pur strahlte von ihm aus, als er sich langsam auf dem Stuhl hin und her bewegte. Sie erwartungsvoll musterte. Seit wann erinnerst du dich? begann sie langsam. Er zuckte mit den Schultern. Wenn ich wüsste, wie lange ich schon in diesem Zustand bin, würde ich es dir gerne sagen. Also war ebenfalls sein Zeitgefühl gestört. Das war nicht gut, überhaupt nicht gut, um genau zu sein. Es bewies, dass Voldemort ganze Arbeit geleistet hatte. Wenigstens in etwa? fügte sie schließlich hinzu. Vielleicht ein halbes Jahr? knurrte er. Vielleicht auch länger? Das wird es wohl heißen. Schnappte er. Sie seufzte und blickte einen Moment auf den Boden. Er war gereizter denn je, doch natürlich konnte man es ihm nicht dem geringsten verübeln. Erzähl mir einfach, was dir dazu einfällt. Sekundenlang blickte er sie verständnislos an. Nun ja, wie hat das sich entwickelt, nachdem es anfing? Er setzte sie erklärend hinzu. Er schluckte, bevor er begann. Erst waren es nur Träume. Anfangs kamen sie gelegentlich, wenn ich ohnmächtig war. Dann kamen sie auch, wenn ich schlief. Wurden schließlich immer regelmäßiger. Bis sie schließlich auch tagsüber einsetzten. Ein Moment hielt er inne. Rieb sich die Schläfen. Hermione lauschte bloß still. Ihr Herz schien einige Gänge zurückzulegt zu haben. Es schien viel zu langsam zu schlagen. Es ist unerträglich. Ich fürchte, es holt mich ein. Wieder stockte er. Start ins Leere. Aber vielmehr fürchte ich, dass es das nicht tun könnte. Unerträgliche Stille trat ein, nachdem er begonnen hatte zu schweigen. Beide blickten zu Boden. Ihr Herz hatte einen bedenklich merkwürdigen Rhythmus angenommen. Er schlug in einer Mischung aus Trauer, Verzweiflung und Leid. Dennoch verspürte sie jedoch mit jedem Schlag Hoffnung. Er wollte sich erinnern, auch wenn er keinen Schimmer hatte, was ihn erwarten würde. Das war gut, wenn nicht sogar notwendig. Wie sollte er Grenzen überschreiten, welche jenseits jeder Naturgesetze lagen, wenn er es nicht selber wollte? Sie hoffte nur, dass er stark genug sein würde. Und ganz tief in ihr glühte ein kleiner Funken Hoffnung, welcher mit jedem Blick von ihm wuchs. Die Hoffnung, den Mann zurückzubekommen, den sie liebte. Doch ihr Verstand legte ihr ebenfalls mit jedem Blick die Tatsache vor Augen. Draco war gebrochen. Und selbst wenn sie es schaffen würden, selbst wenn er alle Grenzen sprengen würde. Lass uns anfangen, hauchte sie und hob den Denkarium vorsichtig auf ihren Schoß. Ihre Hände zitterten, während sie ihren Verstand unterdrückte. Gleichmäßiges, sanftes Pochen erfüllte den unterkühlten Kellerraum. Die Tür vibrierte unter den Stößen, welche von außen zugefugt wurden im Takt der leichten Schläge. Severus Snape stellte das halbvolle Glas gotschklirrend auf dem Beistelltisch seines Lehrersessels ab. Herein, knarrte er blechend. Keine Sekunde später öffnete die Tür sich beinahe geräuschlos hinter ihm. Er benötigte keinen Blick, um herauszufinden, wer ihn so spät und dazu noch in seinem Privatgemächern heimsuchte. Severus, mein Guter, ertönte es freundlich hinter ihm und wenige Sekunden später erschien ein gewohntes Anlitz neben ihm. Albus, knurrte er matt, während der Alte sich lächelnd im Sessen links neben ihm niederließ. Der Meister der Zaubertränke war ein prüfender Blick über seine Schulter. Er hatte kein einziges Geräusch vernommen, welches das Schließen der Tür verursacht hatte, dennoch war sie verschlossen. Typisch Albus Dumbledore. Er wurde weder gesehen noch gehört, wenn er es nicht wollte. Der Greis räusperte sich nun leise, lehnte sich etwas im Sessel zurück. Seine Augen musterten Severus ausgiebig und der Ausdruck in ihn machte den Mann mittleren Alters fast verrückt. Es war, als würde Albus durch seine Hülle hindurchsehen und mein Herr fragte er sich wirklich, ob er es nicht vielleicht tat. »Hast du vielleicht ein Tee für mich?« fragte der Schulleiter und das Oberhaupt des Phönixordens lächelnd, die Antwort wohl wissend. »Ich habe Scotch, Wasser und gegebenenfalls ein paar Tränke zu bieten«, gab der schwarzhaarige Matt zurück. Der Alte nickte lächelnd und wenige Sekunden später erschien eine dampfende Tasse Tee auf dem Beistelltisch, während sich exakt zwischen den beiden Liedersesseln befand. Wie oft hatte er hier mit Drake und Malfoy gesessen und Plänen und Strategien rund um Voldemort und seinen Truppen besprochen? Wie oft hatte er hier stundenlang mit Hermione Granger verharrt, nachdem sein bester Spion aufgeflogen war? »Wie oft? Wie oft? Wie?« »Das wievielte Glas ist das Severus?« unterbrach ihn der Alte nun sanft. Er blitzte ihn aus den Augenwinkeln an. »Das erste, und das seit zwei Wochen«, »Grummelte er.« »Nicht, dass er dem Alten seine Sorge übel nahm. Viele Zauberer verfehlen in diesen Zeiten dem Alkohol, einer Droge, welche noch nicht einmal sie gewaffnet waren. Doch er gehörte nicht zu ihnen. Zugegeben, es gab Zeiten, wo er öfter zum Glas gegriffen hatte. Doch auch dann hat er sich selber immer unter Kontrolle gehabt. Schon eher hörte er süchtig nach dem Traumlustrank, welcher seit Wochen vor dem Einschlafen zu sich nahm, um wenigstens etwas Ruhe zu finden. »Das beruhigt mich zu hören«, antwortete Albus sanft und nahm vorsichtig einen Schluck Tee zu sich. »Wir ist das das, weswegen sie hier sind, Albus?« fragte Severus schließlich spitz. Natürlich war es das nicht. Er wusste genau, warum der Schulleiter hier war. Sein Innerstes kochte bei den Gedanken daran erneut vor Wut auf. Der Kreis seufzte leise, bevor er zu sprechen begann. »Du bist gut, mein Lieber. Natürlich nicht.« Er zögerte, als würde er nach den richtigen Worten suchen. Was höchst merkwürdig für Albus Dumbledore war. »Lafat war bei mir. Er sagte, er hätte starke Probleme, zu kooperieren.« »Kooperieren? Dieser Bastard will doch gar nicht kooperieren. Er will uns beschatten. Wartet regelrecht darauf, dass einer von uns einen Fehler macht.« Seine Stimme klang merkwürdig fremd, als er sprach. Seine Hände bohrten sich krampfhaft in die Stuhllineln. »Das ist mir sehr wohl bewusst, doch wir haben momentan einfach keine andere Wahl, als wenigstens augenscheinlich zu kooperieren, wenn wir noch nicht größere Probleme bekommen wollen, etwa die Missgunst des gesamten Hohen Rates.« »Das ist es doch, Albus. Das ist es, was mich wahnsinnig macht.« Er ist sich an seines Einflusses genau bewusst, und er genießt es, uns damit unter Druck zu setzen. Er weiß genau, dass er Miss Granger mit nur einem Wort ausliefern könnte, schon allein ein Verdacht würde genügen, sie für mehrere Tage zu verhören zu bringen. Und er weiß ebenfalls, dass wir es niemals zulassen werden. Dabei geht es ihm nicht einmal wirklich um Granger und Maffoy. Sie werden nur Mittel zum Zweck. »Nein, sie sind es.« Wieder seufzte der Alte. »Auch das ist mir bewusst, Severus, dennoch können wir es nicht ändern. Wir müssen versuchen, diese Situation bestmöglich zu regeln. Das heißt, dass wir Lafad und seine Leute wenigstens augenscheinlich akzeptieren werden. Und wir werden kooperieren, solange es keine andere Lösung gibt, ohne Miss Granger zu gefährden. Das werden wir aber tun, wenn wir dieses Mal kooperieren, Albus. Er will dieses Mädchen bei Potter und Weasley einschleusen. Nicht nur Zusammenarbeit und Unterstützung, wie er behauptet, sondern weil er genau weiß, dass diese beiden seine Schlüssel zu Hermione sein können und es vielleicht auch sein werden. Er war aufgesprungen und hatte beinahe das Glas vom Tisch gefegt. Ich bezweifle, dass Harry Potter und Ronald Weasley auch nur ein Wort sagen würden, das ihrer besten Freundin schaden könnte. Sie würden sich eher selber die Zunge herausreißen, als das zu tun. Und auch wenn es momentan Probleme zwischen Miss Granger und Mr. Weasley geben mag, er würde eher sterben, als sie an den Feind auszuliefern. Gab der Alte ruhig zurück. Severus zwang sich selber zur Ruhe. Und das bedeutet, wenn Miss Dijon mit Potter und Weasley zusammenarbeiten soll, dann wird sie das vorerst auch tun. Knacken ertönte im Raum. Und die meiste der Zaubertränke wurde erst bewusst, wo er es kam, als seine Hände, welche krampfhaft zu Fäusten geballt hatte, schmerzten. Dann wird sie das wohl tun, doch ich werde sie im Auge behalten. Zerstörung. Ein Moment starrte er benommen auf das runde Gefäß, welches sie nun auf dem Schoß balancierte. Wollte er es wirklich? Wollte er wirklich sehen, was sie ihm zeigen würde? Was würde es auslösen? Was, wenn er es bereuen würde? Es würde kein Zurück geben. Schließlich nickte er zustimmend und sie legte sich zögernd den eichenholzfarbenen Zauberstab an die Schläfer. Als sie ihn entfernte, zog er einen dünnen, seidigen, weiß-schimmernden Faden mit sich, welcher sie langsam in das Gefäß sinken ließ. Er schien im Inneren zu zerfließen. Wir fangen klein an, wisperte sie atemlos und starrte ebenfalls auf den Inhalt. Sein Atem ging rasselnd schnell, als er seine Hand ausstreckte, um die Substanz zu berühren. Er wusste nicht, warum er es tat, noch woher er wusste, dass er es tun musste. Es schien ebenfalls aus seiner Ernährung zu stammen, welche er verloren hatte, wie so viele andere auch. Und das hier war vielleicht der Schlüssel zu ihnen, zu seinem früheren Leben. Als er den Inhalt des Gefäßes berührte, schleuderte es ihn herum, zog ihn mit sich. Das Gefühl war merkwürdig verwirrend, aber nicht schmerzhaft. Eine ganze Weile schien er zu fallen, doch der erwartete Aufprall blieb aus. Plötzlich, ganz unerwartet, stand er mitten eines großen Raumes, Eher eine Halle. Sie war ihm spärlich, als die große Halle von Hogwarts bekannt. Doch irgendwas war anders, als es in seinen wenigen Ernährungen an diesem Ort der Fall war. Sie war leer. Alle Tische waren verschwunden. Nur wenige Stühle standen sorgfältig an den Wänden aufgereiht, und der Saal schimmerte in allen möglichen Farben. Er stammte von Kerzen, welche die Decke, die einen Sternenhimmel zeigten, erleuchteten. Ihre Flammen war golden, silber, gelb, grün, rot und blau. Und dann war da Musik. Schmerzhaft bekannt. Stöhnen rieb er sich die Schläfen, während er vorsichtig in den Raum hereintrat. In seiner Mitte tanzten einige der Schüler. Jedenfalls schätzte er, dass es Schüler waren, denn obwohl sie alle mehr als festlich gekleidet waren, wirkten sie noch recht jung, vielleicht siebzehn oder etwas älter. Etwas abseits zog ein schwarzhaariger, bebrillter junger Mann ein blondes Mädchen lächelnd an sich. Es handelte sich eindeutig um Harry Potter, den größten Feind des Meisters. Draco hatte keine Ahnung warum, doch er hatte nie danach gefragt. Weiter links stritten sich zwei schwarzhaarige Mädchen, welche das selbe Kleid trugen auf das Herbste, und es war allzu deutlich, dass sie Zwillinge waren. Und dann erblickte er sie. Sie stand mit dem Rücken an die Wand geliehnt, ihre braunen Locken anscheinend gewollt unsymmetrisch mit kleinen goldenen Klammen hochgesteckt. Ihr weinrotes Kleid reichte bis zum Boden, und die vielen freien Hautpartien schimmerten golden. Sie sah bezaubernd aus. Vorsichtig näherte er sich, erwartete regelrecht, dass sie ihn erkennen würde, doch sie schien ihn nicht einmal zu beachten, blickte starr durch ihn hindurch, während er Schritt für Schritt auf sie näher zukam. Hey Granger, so allein? Nicht, dass ich es anders erwartet hätte. Er tönte spöttisch hinter ihm, bevor er etwas grob durch ihn hindurchschritt. Draco blieb stehen, beäugte etwas entsetzt die Szenerie, die sich ihm nun bot. Das war eindeutig er, wer ihn soeben durchschritten hatte. Verschwinde, Malfoy! Zischte sie nun grob und entfernte sich etwas. Als er sich von der Wand abstieß und den beiden den Rücken zudrehte, durchfuhr es ihn abwechselnd heiß und kalt. Der Ausschnitt des weinroten Kleides zeigte wahrhaftig mehr, wie er verbat, und auch hier schimmerte ihre Haut golden. Seinem jüngeren Ich schien es nicht anders zu ergehen, denn seine grauen Augen funkelten trübe auf, während er an ihrer freien Haut hing. Wie in Trance rieb er sich abwesend den Arm, bevor er stürmisch herumwirbelte und im Getümmel der Tanzenden verschwand. Draco blickte sich selber noch einen Augenblick hinterher, bevor er dieselbe Stelle dessen Arm es vorsichtig berührte. An dieser Stelle befand sich das dunkle Mal. Es dauerte eine Weile, bis Draco wieder aus dem Denkadium zurückgesteuert wurde. Er sah sichtlich verwirrt aus und rieb sich gedankenverloren den Arm, während er sie die Erinnerung wieder zurück an ihren Platz führte. Wie alt waren wir? hauchte er matt. Siebzehn, antwortete sie sanft. Sie hatte diese Erinnerung mit Absicht gewählt, denn eigentlich hatte sie wenig mit ihr und Draco zu tun. Er war vor dem Abschluss bald einige Tage verschwunden gewesen und von da an hatte er auffallend oft sein Unterangehalten. Jeder wusste, wo der junge Slyrion gewesen war und was nun seine blasse Haut zierte. Doch sie sprachen nicht darüber, wenigstens nicht mit ihm, obwohl sie sicher war, dass Dumbledore es getan hätte. »Zeig mir mehr«, sagte er hektisch. Sie nickte schwach, wählte eine neue Erinnerung und setzte den Zauberstab an. Während sie vorsichtig daran zog, verwischte die Erinnerung, bis sie mit dem Faden ins Denkarium sank. Wenige Sekunden später verschwand der Blonde wieder im Inneren, um einige Minuten später wieder aufzutauchen. So ging es einige Stunden, während denen sie fast nicht mehr sprachen, bis auf einige Fragen, welche er am Ende jeder Erinnerung stellte, bevor er in der nächsten verschwand. Von Mal zu Mal war er verstörter, sein Gesicht blasser und seine Augen trüber. Nachdem er aus den Letzten zurückgekehrt war, verlangte er nicht sofort eine neue. Er ließ sich schwer atmend auf das Bett fallen und rieb sich zitternd die Schläfen. Hermione rieb ihm sanft über den Rücken, doch er wich wie geschlagen zurück, würdete er kein einziges Blickes. Vorsichtig setzte sie die letzte Erinnerung wieder ein, holte sie sich anschließend vor das innere Auge. Es war eine Erinnerung von ihrer Gefangenschaft, wie Flint sie bedrängt hatte und Rekio unerwartet zur Hilfe kam. Doch nicht nur das, er hat ihr zur Flucht verholfen, hatte sein eigenes Leben für sie riskiert und so das Irre gerettet. Damals war er das erste Mal in den Sinn gekommen, dass er ein Spion war. Jedenfalls war er nicht das gewesen, was man anfangs vermutet hatte. Ich kannte diese Erinnerung, wenigstens teilweise. Hauchte er schließlich leise und richtete sich langsam auf. Sie lächelte schwach, musste einen Moment gegen den Drang ankämpfen, seine Hand zu ergreifen und sie aufmunternd zu drücken oder gar zärtlich seine blassen Wangen zu streicheln. Seine Augen wirkten entsetzlich müde. Warum? fragte er schließlich. Was warum? entgegnete sie. Warum habe ich ihn verraten? Weil das, was er tat, falsch war. Weil du... Sie zögerte. Weil du nicht der Mensch warst, der andere tötete, nur weil sie anders waren. Du wolltest dir mein Ende bereiten. Seine sturmgrauen Augen blitzten kurz auf. Es war eine Mischung aus Ungläubigkeit und Erkenntnis. Er schien innerlich zu kämpfen, versuchte deutlich alles zu ordnen, was er in den letzten Stunden gesehen hatte. Zeig mir mehr, knurrte er dann. Sie stöhnte leise auf, während sie ihn besorgt musterte. Wieder bekam sie der Drang, ihn zu berühren, zu streicheln, ihm nah zu sein, ihm Hoffnung zu geben, so wie sie es früher getan hatte. Nein, antwortete sie bestimmt. Du hast genug für heute. Ich sagte, zeig mir mehr, zischte er grob. Er war deutlich der Ton eines Hauptmannes, wenn er auch müde und gestresst klang. Sie hielt seinen Blick stand. Ich sagte nein, nicht mehr heute. Er schnaubte wütend auf und griff nach seinem Umhang. Dann halte dich bereit, knurrte er wütend und stürmte aus dem Raum. wir haben noch etwas Entschlagerung ist. Ich freue mich.